Herzlich Willkommen zu diesem neuen Video. Ich bin Joshua Wesely und das ist unser Teil 2, unserer zweier Reihe zum Thema Pornografie. Und heute geht es um 10 Tipps, wie du von Pornos wegkommen kannst. Und der erste Schritt, den du machen musst, ist genau auf dieses Video draufklicken. Und ich bin stolz, dass du das geschafft hast. Und ich möchte dir heute 10 Tipps geben. Bevor wir loslegen, du darfst uns gerne abonnieren. Mach die Glocke an, dann wirst du benachrichtigt, wenn wir ein cooles weiteres Video für dich rausbringen. Bevor wir loslegen, möchte ich dir noch schnell ein paar Zahlen geben, um dir zu sagen, du bist nicht alleine, du bist nicht der Einzige, der das Problem hat. Fast 90% aller Christen und auch aller Menschen, die nicht glauben, haben ein großes Problem mit pornografischen Inhalten. Sowohl Frauen als auch Männer. Und ich habe dir eine Zahl mitgebracht, wie der weltweite Pornokonsum ist nach Ländern. Und das Top-Land für Pornokonsum ist tatsächlich Deutschland mit 12,4%. USA liegt auf 8,3% sozusagen. Information. Und England hat 7,0%. Das durchschnittliche Alter, wann Menschen ihren ersten Porno schauen, ist 11 Jahre. Der Durchschnitt, das heißt, es gibt Leute, die sind noch deutlich darunter. Und 35% des Datenverkehrs im Internet hat pornografischen Ursprung. 35%, also du bist nicht der Einzige, der damit struggelt. Und 20% aller Männer schauen sich erotische Inhalte im Büro an und 13% aller Frauen. Und was ich spannend finde, ist es da unten, was zu Christen und Menschen gesagt wird, die nicht glauben. Und zwar Christen, 19% aller männlichen Christen schauen mindestens einmal am Tag einen Porno. Und 13% aller Nicht-Christen. Das heißt, bei Christen ist es täglich höher als bei Nicht-Christen. Das ändert sich dann mindestens monatlich. Bei Christen sind es 45% aller Männer. Und bei Nicht-Christen 52%. Und bei Frauen ist es auch spannend. Mindestens täglich 2%. Das ist deutlich weniger als bei Männern. Aber bei Nicht-Christen 5%. Also auch da schauen Menschen, die nicht glauben, am Tag weniger. Und mindestens monatlich sind es bei Nicht-Christen 13%. Äh, sind es bei Christen. Und mindestens monatlich und wenige Male im Jahr sind wir bei 80% aller Christinnen, also christlichen Frauen. Ähm, und nur 13% aller Frauen schauen nie Pornografie-Inhalte von den Christinnen und nur 6% aller Frauen, die nicht glauben. Also, ich hoffe, ich konnte dir damit klar machen, du bist nicht alleine. Und jetzt fangen wir an mit unseren 10 Tipps, wie du davon wegkommen kannst. Der erste Schritt, nachdem du das Video klickst, ist der erste Schritt, du musst dir eingestehen, dass du süchtig bist. Und dich ganz bewusst entscheiden, damit aufzuhören. Also nicht so, ja, okay, wenn es mir mal leichter fällt, dann höre ich auf. Du musst dich bewusst dafür entscheiden. Punkt Nummer 2, such dir einen Unterstützer. Viele sagen, dass es eine Riesenhilfe war, davon wegzukommen, weil sie eine Person hatten, die ihnen half. Es kann ein Freund sein, es kann ein Berater sein, es kann ein Seelsorger sein, ein Mentor, vielleicht ein Jugendpastor. Du brauchst vielleicht jemanden, der dir helfen kann. Es gibt auch einige Webseiten, die dir helfen können, mit denen man auch schreiben kann. Zum Beispiel www.porno-ausweg.de Tipp Nummer 3, such dir einen Ersatz. Du kennst es vielleicht von Rauchern oder Alkoholikern aus vielleicht Filmen. Und die fangen an, Kaugummi zu essen oder Sport zu machen oder Chips zu essen, weil du brauchst einen Ersatz. Und es entsteht nämlich ein Loch in deinem Herz. Und das muss mit irgendwas gefüllt werden. Und das brauchst du auch. Und vielleicht kannst du dich für Sport entscheiden und du gehst morgens ins Fitnessstudio und du gehst mittags in den Fußballverein. Also versuch mit irgendwas dieses Loch in deinem Herzen zu füllen. Und natürlich an erster Stelle mit Jesus. Jesus ist ein gutes Stichwort für unseren Tipp Nummer 4. Bete. Mach morgens stille Zeit und plane den Tag mit Jesus. Immer wenn du kurz davor bist, der Versuchung zu verfallen, dann geh schnell auf dein Zimmer und rede laut mit Jesus. Das wird dich im ersten Moment viel Überwindung kosten. Doch wenn du einmal draußen bist, dann hast du es erstmal geschafft. Und Jesus ist die stärkste Hilfe, die dir bei dem Problem helfen kann. Tipp Nummer 5. Setze die Einstellungen auf deinem Gerät so, dass alle Inhalte ab 18 automatisch blockiert werden. Wenn du ein Passwort in deinen Einstellungen setzen kannst, dann mach das und merke es dir nicht. Oder sag deinem Freund, er sollte bitte das Passwort setzen. Es gibt auch Anwendungen wie Chico Browser und K9 Web Protection, die können dir dabei helfen. Es gibt auch ein paar Tools, die sind zum Beispiel, dass immer wenn du auf eine pornografische Seite drauf schaust, dass jemand anderes benachrichtigt wird. Das ist sozusagen so ein bisschen nochmal so mehr eine Kontrolle, dass du nochmal mehr davon abgehalten bist, da drauf zu schauen, weil vielleicht dein Jugendpastor, vielleicht dein bester Freund, vielleicht deine Freundin dann Bescheid bekommt. Und es hält dich dann nochmal mehr davon ab, da drauf zu klicken. Tipp Nummer 6. Rückschläge wegstecken. Viele schaffen es nicht beim ersten Mal gleich, von dieser Sucht wegzukommen. Deshalb sei nicht ermutigt, wenn du wieder ein Porno gesehen hast. Nehme es aber auf keinen Fall als Entschuldigung, wie ich kann jetzt wieder schauen, noch eins, noch eins und dann höre ich wirklich auf, weil so funktioniert das auch nicht. Tipp Nummer 7. Schließe keine Türen ab. Wenn du mit anderen Menschen zusammenwohnst in der WG, vielleicht noch zu Hause, dann lass die Tür immer offen, sodass jeder jederzeit reinschauen kann. Das hält dich davon ab, Pornos auf deinem Bildschirm abzuspielen. Und dreh den Bildschirm auch Richtung, ähm, Tür. Punkt Nummer 8. Verbringe Zeit mit deiner Familie und deinen Freunden, anstatt stundenlang allein zu sein. Du könntest zum Beispiel deinen Computer auch in ein anderes Zimmer stellen, wo öfter deine Familie oder deine WG-Kollegen sind. Punkt Nummer 9. Durchhalten. Pornos waren für dich wie eine Droge. Und das ist genau wie bei anderen Drogen. Es gibt für dich einen Pornoentzug. Und dieser ist unglaublich schwer durchzuhalten. Und viele gehen ja deswegen in Entzugskliniken. Aber wenn du es geschafft hast, wirst du auf genau diese Hindernisse, auf genau dieses Überbinden pornografischer Inhalte in deinem Leben immer stolz sein, dass du das geschafft hast. Und wie du weißt, hat das Jahr 2020 gerade angefangen. Und ich möchte dich ermutigen, das als Vorsatz für dieses Jahr zu nehmen und dir zu sagen, okay, ich suche mir jemanden, ich suche mir einen Seelsorger, dem ich alles erzählen möchte, ich suche mir einen Freund, mit dem ich das zusammen machen möchte. Und ich stelle vielleicht mein Computer ins Wohnzimmer oder ins Büro meiner Eltern, um das zu schaffen. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, du hast genau den ersten Schritt gemacht, du bist hier und das ist genau der richtige Schritt in die richtige Richtung. Wenn du Hilfe brauchst, dann schreib uns einfach an. Unsere E-Mail-Adresse steht da unten drin. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben, abonniert uns und dann sehen wir uns bald wieder. Ciao.